Halli, hallo, hallo Hühne So Seht's, das Ding läuft immer noch Ja, ich hab ein paar mehr gemacht Ja So Geht's Ab hier Ab Gehne, Peter Das tun wir hier rein Naja, genau Ein bisschen Sertus Quartz Davon bestellen wir einen Davon Ähm Glowstone Und Redstone So 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 Das kicken wir jetzt alles hier rein Dazu noch den Äh, da Okay So Ja Me Captain Provider So Fluix Dust Fluix Dust Nether Quartz Brauchen wir noch Nicht reingeschmissen Nein Zertus 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 Rr Ups Ne Redstone Ok Für Me Das Ding machen wir jetzt, so, nether quartz, fluix dust, basic, ok, das weg, so, ups, raisen fehlt uns, äh, fluix, zettos, genau, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, machen wir zehn einfach, so, ok, schon mal die halbe Miete, so, damit, ähm, das war Eisen, oder, ups, war das nicht so, nein, Redstone, ok, nein, ich glaub, das war der Kleine, oder, ME Basic, ME Basic, ok, puh, da haben wir nur mal Glück gehabt, äh, so, davon brauchen wir, machen wir dann nochmal fünf, so, fertig, so, und jetzt, Werkbänke, M memorandum, fertig, da rein, so, was fehlt uns jetzt, ME haben wir drin, oder, haben wir hier, Den hier drinnen? Nein, der muss hier drin sein. Okay. So, wir machen aber nicht komplette fünf. Wir machen nur drei Stück, ne? Okay. So. Eisen? Ja, Eisen. So, dann machen wir das hier mal weg hier alles. So. Ähm, Eisen. Ne? Genau. Eins, zwei, drei. Wunderbar. Yeeeah. Wir haben es, wir haben es, schalalalala. So. Da sind die. Okay. Mensch. Ja, ja. Ja, ja. Ach ja. Jetzt geh ich mal noch runterkacken. Nein, Quatsch. Puh. Da seid ihr. Brauchen wir dann noch... Das ist aber... Wurst. Brauchen wir nämlich nur eine von. Dann im E-Drive. Haben wir noch? Stimmt, haben wir noch gemacht gehabt. Jawohl. So, und wir wollen natürlich das Crafting Terminal haben. Das ist ja auch total easy. Zum Glück haben wir ja nämlich noch ein paar vorgeschraubt hier. Ich brauche aber auf jeden Fall noch ein paar Kabelchen. Kabel, Kabel, Kabel. Okay. Ja, schließt direkt dann. Ach, jawohl. Jawohl. Ihr wisst gar nicht, wie mich das freut hier. wir bauen jetzt den Fluix-Crystal. Nethercards, Nethercards, äh, Zertus-Quartz, Redstone. Okay. Haben wir hier noch frei? Jawohl. Redstone. Redstone. Nethercards. Zertus-Quartz. Zertus-Quartz. 1, 2, 3, 4. Mehr brauchen wir nicht. Das können wir auch direkt hier löschen. Tun wir hier rein. So. Was? Haben wir nur noch einen? Nur noch einen? Nur noch einen? Nein. Nein, wir haben doch... Wir haben doch... Ah, okay. Puh. Aber, Moment. Brauchen wir? Me-Drive. Nein, wir brauchen noch einen Prozessor. Einen einzigen Prozessor. Mal gucken. Hat er schon einen? Jawohl. Ah. Puh. Zum Glück. Lassen das Ding auch noch weiterlaufen. So. Ein E-Drive. Das ist... Easy going. Die Truhe. Nur eine. Okay. Zack. So. Wie war das? So, die Küsse. Glas. Okay. D-d-d-d-d-d-d-d-d. Okay. Glas. 1, 2. So. Ja. Ja, genau. So. D-d-d-d. D-d-d-d-d. So war das. Und dann Eisen. Richtig Eisen. Ja, wie immer. Ah. M-E-Drive. So. Und das können wir auch direkt hier aufstellen. Ah. Da ist natürlich nichts drin. So. Und jetzt kommt der M-E-Controller. Wo ist es jetzt? Da. Okay. So. Ähm. Wie der Eisen? Eisen. Egal. M-E-Controller. Jawoll. Es steht. Es ist eigentlich im Grunde genommen schon fertig. So. Okay. Das sind halt die Überdinger hier. Und das da. Ich glaube das sind die kleinen. 4000. Ne. 4000 sind schon etwas größere. Die Tausende sind die kleinen. Wie tue ich die denn eigentlich? Weitern. Was? 16.000er. 4000er. 1000er. 1000er. Machen wir die erstmal, glaube ich, mal ein bisschen so mit den Tausender voll. Oder? Ja. Hauptsache, es steht. Also, drei Stück brauchen wir. Wir haben schon zwei. Jetzt brauchen wir wieder einen Basic-Prozessor. Das Schaf ist denn das denn wieder rausgewandert? Ich habe ein bisschen Zäunchen drumherum gemacht. Die gehen immer noch raus. Drecksviecher. Nein, es ist noch nicht fertig. Ja, gleich, aber naja, okay. Aber ich will es jetzt noch gleich auf jeden Fall in Betrieb nehmen. Golden Lasso. So. Hattig. So. Und. So. Kann man wieder hier reinschmeißen. Der sieht doch gut aus. Okay. Wir müssen jetzt leider draußen jetzt noch drauf warten. Haben wir denn noch Diamanten... Die ja... Neun Stück... Jetzt läuft 6, 7, 8, 9. Glas. Hm. 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 Ich mach mal dazu auch um. Das schmeißen wir hier mal rein. So. Ihr wisst es vielleicht, weil ich es vorhabe. Glas, Faser, Kabel. Ich bringe mir vier Stück raus. Okay. Okay. Redstone. Hm. Red. So. 18 Stück. Hm. 234. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So. Wie viel kriegen wir raus? 12. Nice. 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 Natürlich. Kann man so abbauen. So. Das schließt natürlich nicht da an. Ich glaube, ich werde das jetzt so einfach mal hinklatschen hier. Ich weiß, es sieht ein bisschen blöd aus, aber lieber so, ja. Und es funktioniert anstatt dass es gar nicht funktioniert. Gut. So. Haben wir dann schon mal einen. Jawoll. 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 So. Ähm. M. E. Genau. M. E. M. E. M. E. E. da der draußen da genau klar ich habe doch hier noch zum glück glas in der mittel redstone jawohl das wird dunkel es wird die dunkel im dunkeln diese guten munkeln kom 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 so wie wird die jetzt gemacht zwei redstone ok jetzt muss ich nochmal nachgucken ok zack zack so was ist denn da passiert richtig so zusammen ok eine festplatte ist drinnen wir gehen jetzt pennen und boah passt schon mal 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 hier einfach so rein wie sieht das ding hier eigentlich aus passt sogar noch pfff sogar recht gut mit und die 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 auch einmal das und einmal das ja es zeigt zu wenig negieren ein aber es steigt ok es funktioniert aber es fehlt noch was es fehlt noch was und ich brauche wieder glas ok so wie war das jetzt noch mal ähm terminal drei stück kabel ok ein kabel das assesses terminal so ich will aber den crafting storage cell haben wir eine haben wir eine bitte bitte sagt mir sagt mir wir haben schon eine bitte 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 das war jetzt noch mal ganz kurz ab ihr seht das leider hier im hintergrund die zahl ja genau hier drüber 300.000 ist ja dann haben wir sozusagen die nächste fertig ja und das passiert jetzt den augenblick komischerweise sieht man das dann aber hier wegen den ganzen zeilen hier nicht ich mach dann einfach mal den hier ja jetzt sieht man das wenigstens irgendetwas auf die tastatur gehämmert sooo zack äh das ist hier unten jetzt zwar alles aber Wayne sooo ähm eine brauchen wir genau so und jetzt äh ME die 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 ähm nein crafting terminal nicht monitor sondern terminal wer werkbank noch dazu 1 2 3 4 hier so okay 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 oh wir haben hier sogar noch eine gehabt äh toll na egal crafting terminal ähm crafting terminal terminal ja okay das Ding in die Mitte zack zack und crafting terminal ja glaART ất sera ja wuuh aha ja ich mein jetzt gleich in jenen augenblick wird hier zwar das licht ausgehen aber also ich bin nur gerade übelst froh und jetzt können wir auch direkt da hinten in marschieren da hinten in warte hat wir machen das an aber ließ wir machen das anders er kommt nicht dahin wäre nicht dahinten wir fliegen ganz cool und so dungeons aus märzen ok vergrößerung des hauses sind wir noch dabei ersten steinbruch ja aber schon lange me system jawohl das ist schon mal GON sag ich jetzt mal m e sie ist dem er und bei TAN AUTOMATISIEREN das wird noch mal ein heidenstück arbeit steinbruch einmal gemacht jetzt hier unten können wir eigentlich schon dort nix eingeben sage ich jetzt mal ähm 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 ja hm ja ich überlege gerade hier ähm 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 hier andere welten hier ähm 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 reisen und dort auch ähm ähm den steinbruch aufstellen also die quarry ich schreibe es aber wieder auf deutsch steinbruch aufstellen ähm äh in anderer welte ähm ähm in anderer welte ähm 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 nix Ach, ich hasse das, dass man da nicht zurück machen kann. So, ähm. Ein Tesserakt plus Steinbruch in einer anderen Welt. Welt aufstellen. Stelle! Wo ist das denn? Wo ist das denn? Okay. Machen wir das mal. In einer anderen Welt aufstellen. So. Okay. Hybrid. Ja, Tesserakt. So ist das auch hier, meine ich. Das ist, äh, Tesserakt. Was seht ihr? Tesserakt ist eigentlich ziemlich simpel Zinnbahn. Und das hier halt, Induktionsmelter. Das halt, das, Pulverized, das Rock Crusher. Auch, ist, also, bekommt man schon recht, recht gut, sag ich jetzt mal, recht schnell. Ja. Aber... Ui. Was soll das denn? Da unten ist irgendwas. Ja. Jawoll. Und das Ding spritzt da hinten auch weiter rum. Alle Schäfchen sind da. Alle Schäfchen sind hier. Wunderbar. Ja, das freut mich hier. Ja, das freut mich. Können wir eigentlich so gut wie alles schon mal darüber tun. Aber wir machen das anders. Wir machen das anders. Ups. Und zwar... M-E... Entschuldigung. Den Import Bus und den Export Bus. Äh, Basic, meine ich. Entschuldigung. Interface, ja. Brauchen wir auch. Scheiß Ding. Ja, ungefähr... Zwei von den Export Busen, Basic. Ich werde, ich werde auf jeden Fall, äh, die Erweiterung nehmen, denn ich mag nicht auf, äh, die Basic Dinger. Ja, dann warte ich lieber, ich meine, ihr habt es ja gesehen gehabt, für 5 Minuten oder sowas war der Basic Pro... Ja, dann war ein Basic Prozessor fertig. Nicht so wie hier, ne? Nicht so wie hier, ne? Nicht so wie hier, ne? Die komplette Scheiße hier. Entschuldigung. Okay. 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 So. Den können wir dann auch wenigstens was beibringen, ja? Ach, 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 ach. Okay, hätten wir uns den Arsch aufgerissen, hätten wir uns, äh, hätten wir dem irgendwie versucht, das Ding zu automatisieren. man kann es ja es ist aber nur zum kotzen so die komplette ecke hier nächste folge ja kann ich abbau und ich glaube aus dem hier den kompletten solarmodulen ja werde ich schon mal vorbereiten dass ich hier einfach direkt schon mal ein paar low voltage modular gleich geht hier das licht aus damit ich dann dort dann wo dann definitiv was machen kann mal gucken easy und ich bleibe da schon eine fast was sogar bin ich sogar gleich mal seht ihr finde ich sogar auch noch gleich direkt hier von einser dingen sehr kräften ja ich hab's ja jetzt wo mache ich einfach mal flott die er jetzt seht glas glas drinnen ja so aber ich denke mal ich werde jetzt noch ein bisschen dazu durchlaufen lassen also hier hinten das teil ja damit ich ein paar ups sollte man nicht so viel rum fliegen damit ich hier die größeren herstellen kann ja weil die 4 4000er sind ja viermal besser als wie die anderen 16.000 und 64.000 das ist ja natürlich unser hardcore ziel aber das ist das ist schon eine nummer das ist eine hausnummer ja die müssen muss ich dann auch noch machen kreativ es kann man nicht erstellen naja ok gut also dann lasst ein däumchen ab als euch gefallen hat haut rein liebe leute und schaltet wieder ein bis zum nächsten mal tjausen hmm ich Vielen Dank.